Ist das Lasagne? Ja, ganz genau. Zoe, deckst du bitte den Tisch? Aber du kochst doch nie während der Woche. Also das stimmt ja überhaupt gar nicht. Außerdem ist heute ein besonderer Abend. Judy kommt zum ersten Mal her, seitdem Rick hier... Bei uns wo? Ich meine, hier ab und zu mal übernachtet. Ich wollte was für sie kochen, was sie wirklich gern isst. Mama, wo sind meine Skier? Im Schrank, im Flur. Nein, sind sie nicht und ich brauch sie. Ist das Lasagne? Judy kommt heute. Du kochst während der Woche? Wieso brauchst du deine Skier heute Abend? Naja, ich fahr Skilaufen. Ich sollte vielleicht die Bindung an meine neuen Stiefel anpassen. Hallo. Hallo? Was riecht hier so gut? Lasagne? Während der Woche? So, wenn das nochmal einer sagt, kriegt derjenige nichts davon. Judy kommt heute Abend zu uns. Oh. Hallo, Lilly. Hallo. Was riecht so gut? Lasagne. Du hast was gekocht? Du kriegst nichts davon. Mann, das ist egal. Ich esse sowieso keine Milchprodukte mehr. Seit wann das denn? In der Woche habe ich diesen tollen Ernährungstypen gesehen. Ich esse nur noch Salat. Hallo, Rick. Hallo, Judy. Wie geht es dir? Super, wie geht's dir? Gut. Ist das nicht schön, dass wir alle beisammen sind zu Lasagne und Salat? Mom! Mom, hilfst du mir jetzt bitte meine Skier zu finden? Die sind da draußen im Schrank, Ray. Ich kann sie aber nicht finden, Mom. Mischst du den Salat? Ja, klar. So, Tischdecken. Also, keine Milchprodukte. Genau, ich habe gemerkt, ich bin allergisch dagegen. Offenbar hat die Evolution des Menschenmilchprodukte nicht vorgesehen. Die sind total schädlich für den Körper. Sie greifen zum Beispiel die Schleimhäute überall an. Und wir geben den kleinen Kindern so viel Milch. Ich meine, sie sind Menschen. Es sind ja keine kleinen Kühe. Ja, stimmt. Sie ist immer so exzentrisch. Ich denke, ich bin gegen mein halbes Leben allergisch. Welche Hälfte? Tja, wenn ich das nur wüsste. Er ist immer so kontrolliert. Sie haben direkt vor ihrer Nase gestanden. Oh, Judy, ich wollte dich was fragen. Wir müssen eine Kirche für die Hochzeit finden. Jetzt schon? Machst du Witze? Wir haben nur noch fünf Wochen bis dahin. Jedenfalls, ich habe gehofft, dass du dir mit mir ein paar Möglichkeiten ansiehst. Wir nehmen was in die engere Wahl und fahren dann mit Rick nochmal hin. Ich schätze, seine Zeit ist zu kostbar dafür. Judy, du hast nur so ein gutes Händchen für solche Sachen. Ich sage ihr die ganze Zeit, sie soll jemanden beauftragen, der sich was einbaut. Nur wir entscheiden, wo es stattfinden soll. Wie wäre es irgendwo auf einer Wiese? Ehrlich, ich würde euch unheimlich gern helfen, aber ich habe total viel zu tun. Ich weiß, aber ich verspreche dir, wir nehmen Rücksicht auf deine Planung. Äh, übrigens hast du diese Nummer bekommen von deinem Freund. Nummer? Ja, von dem Fotografen, den wir sie gut finden. Oh, ja. Naja, ich weiß nicht genau, ob er Hochzeiten macht. Er ist mehr, ähm, ein Künstler. Das ist wahrscheinlich Miles. Hallo? Hallo, Miles. Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals ohne Telefon erlebt habe. Was ist? Es sind so viele Bücher. Rick verlässt uns. Er muss Miles treffen. Was ist denn das alles? Judy hilft mir beim Büchermarkt. Wir sammeln Geld für Extraaktivitäten. Äh, Jessie könnte dir auch dabei helfen. Klar, auf jeden Fall. Ja? Ja. Okay. Schönen Abend euch allen. Ja auch. Bis dann, Judy. Gibt's noch mehr Nahrungsmittel, über die ich mir Sorgen machen müsste? Ich lass es dich wissen. Danke. Und du vergisst es nicht, ja? Vergessen? Den Fotografen. Ach, den Mann mit der Kamera. Na, hoffen wir mal. Alles klar. Gute Nacht. Dieses Projekt ist so anstrengend für ihn. Aber niemand zwingt ihn doch dazu. Grace. Du unterstützt ihn, unglaublich. Warum sollte ich das nicht machen? Natürlich sollst du das machen. Ich kritisiere dich gar nicht. Bist du dir ganz sicher? Ja, mein Schatz, wenn ich dich kritisiere, wirst du's schon merken. Hey, Jessie. Hallo. Hallo. Wie ist das gelaufen? Na ja, ganz gut. Das ist Marnie. Hey. Hey, hallo. Ich dachte, dass du vielleicht beim Milchermarkt mithelfen willst. Ähm, na klar. Wir bauen nächsten Montag auf und verkaufen am Mittwoch. Oh, ja, okay. Da hätte ich Zeit. Geht's dir gut? Äh, ja. Ähm, also Montag und Mittwoch? Klar, ich komm auch. Toll, super. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Wir treffen uns bei den Schließfächer. Ja, ist gut. Gut. Jessi? Jessi! Alles in Ordnung. Was ist los mit dir? Gar nichts. Ich hab nichts. Bist du gestolpert? Nein. Oh, ich hab, ich hab wirklich nichts. Bist du sicher? Ja, ich will mich nur eine Sekunde hinsetzen. Es geht mir wirklich gut. Ich hol einen Lehrer. Nein, 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 nein. Es ist okay, wirklich. Wir ziehen uns um, ja. Das ist der Gertlika. Der ist ja super doof. Allerdings. Diese Jessi ist in Ohnmacht gefallen. Was? Die von der Unterstufe. Die Tochter vom Freund deiner Mutter. Verlobte? Das ist denn das? Was hier mit ihrer Mutter hat eine Verlobte? Nein, der Freund ist der Verlobte. Die Tochter vom Verlobten ihrer Mutter ist in Ohnmacht gefallen. Geht es ihr wieder gut? Ja, ich denke schon. Du denkst es? Sie ist schwindelig geworden oder so und dann ist sie umgekippt. Jetzt eben? Ja, aber sie hat gesagt, es geht ihr gut. Was ist los mit ihr? Das ist doch offensichtlich. Ich meine, sie sieht ihr an. Die ist total magersüchtig. Ich denke, wir sollten eine klassische Sparte machen und dann den Rest über Themen abdecken. Weißt du, Wissenschaft, Computer, alles, was ihr verrückten Kinder heute lernen müsst. Wie viele kannst du bestellen? So viele, wie du glaubst, dass du los wirst und was übrig bleibt, kann ich hier verkaufen. Wie wäre es mit einer Abteilung für Sport? Ich habe eher an Psychologie oder Selbsthilfe gedacht. Das ist super. Ja, weißt du, Teenager-Themen, zum Beispiel Scheidung, Gruppendruck oder Essstörungen. Essstörungen? Ja, ein paar Schüler sind vielleicht daran interessiert oder so. Schatz, du bist doch nicht... Hast du irgendein Problem? Meinst du? Kein bisschen. Jemand, den ich kenne. Jemand, den du kennst? Nein, Judy, ich weiß, wie sich das anhört. Wenn man sagt, man kennt jemanden, glauben die Leute, man ist das selbst. Aber ich meine... Bitte. Wir sprechen hier von Magersucht. Siehe ich für dich irgendwie so aus? Du siehst prima aus, glaub mir. Kenn ich sie? Deine Freundin? Es ist Jessie. Ricks Tochter. Wirklich? Sie hatte schon einige Zeit. Nach dem Sport heute ist sie in Ohnmacht gefallen. Oh mein Gott, geht es ihr wieder gut? Ich denke schon. Naja, und irgendwie belastet mich das Ganze, verstehst du? Schätzchen. Was soll ich machen? Du könntest es deiner Mutter erzählen. Auf keinen Fall. Komm schon, du weißt, wie sie ist. Sie will gleich ein Hilfsprogramm starten. Dann wird daraus eine Riesensache. Und schon weiß Jessie, dass ich es erzählt habe und es sauer auf mich. Mach dir keine Sorgen, uns fällt was ein. Alles klar. Also, ich weiß nicht, wie sie ist. 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 Ich weiß nicht, wie sie ist.